das problem ist der score wird ja auch zuerst auftauchen und den können wir auch nicht los werden oder wenn wir den los hätten dann wäre es natürlich ein einfaches der junge scheint ja auch nicht aufzutauchen ich mir das ding hier mal ein machen wir einfach mal okay also das hier lässt dann die zugbrücke herunter das wurde jetzt aber nicht betätigt oder dass das ist jetzt so nicht aktiviert oder ich glaube nicht ich glaube dann muss zeitgleich wahrscheinlich noch jemand anderes hier hin und die winde betätigen der eine muss dann glaube ich hier ziehen würde ich schätzen nein ach man ich wollte noch wir können uns aber auch nicht gegen ihn werden wir haben doch wir haben noch eine axt warum können wir uns nicht gegen ihn werden rebellion rebellion okay ja keine angst ich habe das jetzt nicht die ganze zeit im notfall probiere einfach noch mal rum die darlegen und diese zugungen haben wir können ihn also auch nicht angreifen ach man was das denn ach so ja erst mal öl fett erst mal fett drauf schmieren das ist die erste regel für alles für alle lebens die lagen fett hilft muskelkraft das kommt uns bestimmt das goal entgegen würde mich nicht wundern okay tatsache da ist er ich bin doch erst mal alles ich hätte jetzt aber auch nichts getan oder nähe und ketzer was wird mir eigentlich hier moment wir gehen erstmal nein weiter 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 oh gott sprich mit okay wir reden mal mit ihm jetzt habe ich dich du bist du bist du bist der nächste kochtopf du dreckstück ach im kochtopf bestech ja können wir können auch nicht gleichzeitig mit dem reden oder glaube nicht so wie komme ich zu selena ne der fahrt uns jetzt glaube ich zugbrücke runter lassen wie ich weiß nicht ich will hier nur raus bevor die scroll aufwachen ich glaube wir haben gerade die ki von dem hier verwirrt das sollte mich glaubt nein ja befehl an genau und jetzt muss okay es geht bestimmt so wir müssen ihm befehlen dass er den hebel zieht und wir müssen währenddessen die hier leider das ding da betätigen ihr wisst schon was ich meine die wände haben namen vergessen bringt jetzt eh nichts weil uns der score gleich erledigen wird aber von prinzip her ziehe spund zapfen zum teufel ist ja ein spund zapfen ich habe keine ahnung jetzt hat sich gerade irgendwas auf meinem bildschirm getan aber ich nehme noch auf sehr gut wunderschön okay wir wissen aber jetzt wie wir es machen ich würde trotzdem sagen ich lade nochmal die hier weil wir es weil das ja nochmal direkt davor ist und dann können wir nochmal gucken wie wir es am besten anstellen das müssen wir einfach gut heim denke ich wir müssen ihn dann echt nochmal ansprechen das ist echt scheiße weil das spiel einfach da so ein bisschen rumbackt das ist echt ärgerlich egal leute ich würde sagen ich unterbreche mal ganz kurz die aufnahme und dann machen wir einfach nochmal gleich weiter aber wie gesagt ich kann nicht viel machen wir müssen da halt echt rumprobieren aber wir sehen uns dann gleich wieder so da bin ich auch schon wieder zurück leute und wir haben jetzt wirklich leider ein ziemlich großes problem ich jetzt noch mal kurz zum weinkeller hallo junge ähm die sache ist nämlich die ich finde es schön wie er manchmal echt nicht läuft ich habe mich auch im internet erkundigt und dieses problem haben also das problem ist normal im spiel drin es liegt jetzt nicht irgendwie an den einstellungen die ich habe dieses problem dass er irgendwie immer komisch im kreis läuft bis er mit den anderen spielern und diese ganzen bugs die wir die ganze zeit haben mit dem sound und mit was weiß ich noch alles die haben auch andere spieler das spiel scheint also ziemlich verpackt zu sein das problem ist nämlich dieses dass wir den scroll hier eigentlich flach legen sollten das klang jetzt irgendwie seltsam denn er sollte eigentlich zu diesem weinfass hier gehen der taucht auch wahrscheinlich gleich auf und sollte dann hier das weinfass das ist ja vorher noch ausgelaufen sollte dann von dem wein trinken und dann quasi ja besoffen werden und dann hier flach liegen und während er dann hier betrunken ist hätten wir dann den sklaven also den jungen mitnehmen können und mit dem dann quasi im spiel weiterkommen können das problem ist jetzt dass hier kein wein mehr läuft ich habe selbst nachgelesen und ich bin mir nicht sicher ob das ein bug ist es kann sein dass es ein bug ist klar so ein weinfass ist natürlich auch irgendwann mal leer aber wie gesagt es ist nicht ganz ersichtlich ob das jetzt mein fehler war oder ob das einfach ein bug ist das problem ist auch dass ich keinen anderen safe game mehr habe ich habe jetzt wirklich ewigkeiten probiert einen anderen safe game zu finden und ich habe nun mal keinen mehr ich habe ja während der aufnahme sogar meinen anderen safe game überschrieben was echt das dümmste war was ich eigentlich jemals gemacht habe und deswegen müssen wir es jetzt irgendwie schaffen dass wir hier abhauen und mit dem jungen hier reden und wir müssen es halt irgendwie hinkriegen uns mit ihm zu unterhalten und mit ihm zusammen dann quasi wieder in den raum ganz rechts zu kommen um dann im spiel weiter zu kommen also zu diesem hebel den hebel dann wieder mit fett einschmieren und dann mit ihm zusammen quasi können wir das dann schaffen und das ist halt jetzt die schwierigkeit das heißt wir müssen es irgendwie hinkriegen dass wir während er hier noch rumläuft das spiel schaffen das ist jetzt eine ziemliche schwierigkeit denn es ist ja auch nicht geplant wie gesagt vom spiel geplant wäre es eigentlich dass dieser scroll hier ausgeschaltet wird und wir dann quasi einfach nur mit diesem jungen hier dann weiter im spiel kommen das ist jetzt natürlich eine zusätzliche schwierigkeit jetzt ich habe jetzt auch wirklich eine halbe ewigkeit gesucht und anderen save game zu finden eine andere möglichkeit ich habe auch wirklich schon rumprobiert also ich habe jetzt wirklich 20 minuten rumprobiert und noch mal eine halbe stunde irgendwie gegoogelt hat jetzt alles nichts gebracht ich habe es nicht hingekriegt ich versuche jetzt einfach noch mal während der aufnahme ich habe nämlich noch mal ein paar ideen wie wir es vielleicht irgendwie hinkriegen aber es wird schwierig kann ich nur sagen das problem ist auch dass er jetzt nicht aus dem raum raus geht was ich auch nicht wirklich verstehe ihr seht es ja er geht nicht aus dem raum raus ich habe vorhin schon gewartet ob er den raum verlässt tut er aber nicht das heißt wir müssen den raum verlassen zum beispiel in diesem moment ja jetzt ja alter im himmel herrgott noch mal da haben sich schon mehrere spieler drüber beschwert dass der ja das quasi der charakter immer so komisch läuft oder weiß ich jetzt auch nicht wie es ausdrücken soll so passt auf ich weiß nicht ob man sieht aber er der skull der wird uns auch gleich folgen das heißt der geht erst wieder aus dem keller raus wenn auch wir aus dem keller rausgehen wie gesagt ursprünglich ist ja geplant dass er im keller dann den wein trinkt und durch den wein besoffen wird und wir dann einfach ganz ruhig weiterkommen können das geht jetzt aber nicht ja ist echt geil und ich muss das jetzt klar es war auch mein fehler ich hätte jetzt halt mehr aufpassen müssen aber trotzdem von sowas kann man nicht ausgehen das ist jetzt wirklich eigentlich das das schuld die schuld vom spiel und das ist jetzt echt scheiße leute denn wenn ich jetzt nicht irgendwie hinkriege und das das muss ich jetzt erstmal hinkriegen obwohl das spiel ja an sich jetzt schwieriger ist muss ich es irgendwie hinkriegen das ganze zu schaffen ich glaube der taucht jetzt sogar gleich wieder auf das kann sogar sein ihr seht es ja ja ich verstehe es nicht ja da ist er ich habe das schon 20 mal jetzt hinter mir sorry aber das ist das ist einfach nur nervig ja und wie gesagt ich habe mich auch ein bisschen durchgelesen das spiel scheint echt sehr 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 verbuggt zu sein ich meine wir haben es an ein paar ecken schon gemerkt aber ich hätte nicht gedacht dass es so heftig ist das problem ist auch wenn ich ihn jetzt anspreche ich glaube das hat man auch schon vorhin gesehen ist wie gesagt schon wieder ein bisschen her also ich habe in der zwischenzeit die ganze zeit gesucht irgendwie das problem zu lösen ihr seht es wenn ich ihn jetzt anspreche dann wartet ich gebe dem scroll eure nachricht die haben echt am dümmsten moment überhaupt gespeichert hätten wir noch irgendwie ein bisschen davor gespeichert dann hätten wir es irgendwie noch hingekriegt aber das problem ist jetzt einfach dass wir irgendwie denn wir brauchen den jungen es klingt komisch aber wir brauchen einfach den jungen wir müssen den jungen von dem score trennen und zusammen mit ihm in den raum ganz rechts wenn wir es schaffen mit ihm zusammen in den raum ganz rechts zu kommen haben wir an sich schon mal geschafft aber dann ist auch das score aufgetaucht und der plättet mich natürlich die ganze zeit das problem ist jetzt auch dass das zeitlich einfach nicht hinhaut was jetzt auch wieder am gameplay vom spiel liegt und wenn ich hoffe er erwischt mich jetzt nicht immer so ein bisschen ja das problem ist jetzt einfach dass die zeit nicht reicht das ist richtig merkwürdig denn wenn ich jetzt mit ihm versuche hier zu reden dann wird das zeitlich nicht reichen und das ist einfach nur sau sau nervig Ihr seht es ja wenn ich jetzt wieder mit ihm sprechen will dann wird jetzt gleich der score lauf tauchen So Beilung 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 ich hätte den schnellen text wieder einstellen müssen wir jetzt Ah komm schon bla 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 Äh Befehl an Betätige ähm am am G zu Keller Bankettsaal ne Küche Keller Ach scheiße wir waren in dem raum ganz rechts noch nicht Fuck Ach man Okay schnell weg Ich weiß auch nicht ob er mir direkt folgt der score Boah ich hab grad so ein Herz klopfen sorry aber das ist wirklich Das ist die Übelste stelle im spiel Wenn man das so sagen kann Wie gesagt ich bin mir jetzt nicht sicher Ja er folgt mir Ach man okay Wir können es schaffen wenn wir es richtig gut timen und Leute das müsst ihr mir jetzt lassen Ne wenn ich das jetzt hin Ich Sorry ich glaube ich krieg es nicht mal hin aber wenn ich das jetzt hinkriegen würde Obwohl das Spiel backt Und das ist nicht gewollt vom Spiel wie schon gesagt Das wäre schon Echt eine ziemlich krasse Leistung wenn ich das jetzt noch hin Ja Wow Wow Guckt euch das doch mal Wo läuft der hin Wo läuft der hin Sorry aber das gibt es doch nicht Ich will jetzt nicht mal sauer sein Sorry so bin ich ja gar nicht Büm Boah der mit seiner hässlichen Hackfresse ey Ich will auch gar nicht sauer sein weil ich normalerweise so nicht bin Aber das ist so scheiße frustrierend Das ist Können nicht heulen Ähm wir könnten natürlich auch den Speicherpunkt 1 laden Aber da ist wieder das Problem dass das Das der Scroll ganz in der Nähe ist Hier hätten wir noch Hier werden wir noch mal vor dem Unheil Die Sache ist auch die dass ich Ach man Geh doch mal da rein Dass wir auch probieren könnten ihn selbst anzulocken Aber das Klappt irgendwie auch nicht so wirklich Steht er mir bestimmt wieder im Weg Das war so klar Okay Das Problem ist einfach dass man ihm im normalen Spielverlauf wie schon gesagt ausgeschaltet hätte Wir wären im normalen Spielverlauf jetzt auch schon längst fertig Hätte ich noch nicht den Save Game Hätte ich den alten Save Game noch hätten wir gar kein Problem Er ist jetzt wieder zurückgegangen Ah ne das hier Das Problem ist auch dass er jetzt einfach nur hier rum läuft Ich weiß nicht vielleicht Ich muss ihn halt irgendwie Eigentlich muss ich in den Raum ganz rechts In diesen Ne wo ich den Hebel betätigen muss und dann müsste ich eigentlich wieder ganz nach links Ich brauche halt Einen Punkt wo ich Mit dem Jungen alleine bin Ich kann das jetzt wirklich schwer erklären aber wenn ich das wirklich strategisch Es klingt komisch aber wenn ich das jetzt wirklich strategisch angehe Ich habe auch so Ich habe schon einen Plan dann kann das funktionieren Dann kann ich das sogar hinkriegen obwohl dieser Score rumläuft Dann muss ich jetzt natürlich hoffen dass sich das nicht negativ auf das weitere Spiel auswirkt Denn es kann natürlich sein dass sich dann wieder irgendwas verpackt weil er ja noch rumläuft Und das eigentlich nicht sollte Obwohl das ja eigentlich sogar optional ist Wie gesagt ist es ja machbar Naja werden wir sehen Ich hoffe ihr könnt irgendwie meinem Gedankengang folgen Hey es läuft uns sogar hinterher Das Problem ist Moment 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 Wenn er uns gerade hinterher läuft Scheiße komm komm So Dann speichern wir jetzt gerade nochmal auf der 1 So Dann haben wir jetzt ein bisschen Spielraum Denn je mehr Spielstände wir uns machen Desto mehr Spielraum haben wir in dem Sinne Es kann es natürlich sein dass das Scroll gleich wieder auftaucht Jetzt habe ich wahrscheinlich zu lange gewartet Ich hoffe die ganze Zeit dass der Junge hier reinkommt Komm rein komm rein Na super Egal wir haben jetzt gespeichert Das ist halt jetzt echt ähm Nein Nein So sprich mit Ich glaube der Scroll taucht dir gleich auf Ach man Alter das Spiel Das Spiel Dieser Screen geht mir Dezent auf die Coronas Möchte ich anmerken Wo Okay So Ach fuck Moment So Sound aus Und Ich mache jetzt den schnellen Text an Denn Dann geht er schnell Dann geht der Text schneller um Und Sorry die Sounds haben mich jetzt Keine Ahnung ob Jetzt dieser Todescreen weg ist Aber die Sounds nerven mich gerade ein bisschen Weil ich gerade ein bisschen unter Spannung stehe Ehrlich gesagt Das Problem ist Das Problem ist Das jetzt gleich wieder der Scroll auftaucht Ich liebe es Ich liebe es wie langsam er dahin geht Und ich liebe es dass er jetzt hier wieder steht Ich liebe das Spiel Aber dieser Das ist so frustrierend Leute Ihr glaubt das nicht Ja okay Die Sounds sind hier noch an Das ist einfach nur frustrierend Weil ich jetzt wegen diesem Bug nicht weiterkomme Also ich hoffe ihr Könnt das so nachvollziehen Ich hoffe Ihr nehmt mir das jetzt nicht böse Ich will natürlich auch das Spiel noch abschließen Ähm Wie gesagt also Ich hoffe einfach Hab ich jetzt schon Ach scheiße Das hab ich wahrscheinlich die Ding jetzt hier nicht eingehüllt Jetzt komm her Komm her Junge Sprich mit mir Junge Alter sprich doch ein Oh Gottes Willen Das Spiel Ich weiß nicht wieso Aber War das Ist das als Rage Game geplant Ich glaube das Das könnte so durchgehen Boom Boah der sieht echt hässlich aus Der Typ Muss ich schon sagen Also Ich meine ich will der Leute Nicht nach der Oberfläche beurteilen Aber der ist schon echt hässlich Und dumm Und der stinkt Okay So Wenn wir schon mal hier sind Dann schmieren wir das nochmal mit Fett ein Macht man ja so Denn wie gesagt Er muss dann den Hebel betätigen Ich betätige das hier Und dann Wenn wir das hier hingekriegt haben Dann besteht wenigstens Dann geht es ja weiter Dann kann ich in den nächsten Abschnitt Und Im nächsten Abschnitt Sollte mich das Skull Wahrscheinlich auch nicht nerven So jetzt geht euch die Tür durch Danke Manchmal geht er dann auch Irgendwie hier rum zurück Ich verstehe das nicht Hier Komm er ist noch näher Nein Sprich mit Alter Wenn das nur zeitlich besser klappt Ja Schade dass wir nicht mit ihm reden können Während Der Skull nebendran steht Leute ich weiß auch nicht was ich machen soll Ich kann jetzt nichts machen Weil Ne Das ist halt jetzt die Frage Im Notfall mache ich es dann irgendwie so Dass ich einfach die Aufnahme laufen lasse Und Einfach so oft probiere bis es klappt Und dann einfach die Stelle reinschneide wo es klappt Weil Das wäre einfach der sinnvollste Ich hoffe ihr versteht Das ist einfach nur so ein ungünstiger Punkt Das Problem ist auch ich komme Ja Ich komme Wenn ich Glück habe Komme ich auch irgendwie an ihm vorbei Aber das ist dann wirklich doch eine Glückssache Und da sind wir schon wieder gestorben